Jetzt habe ich reingekommen, oder? Ja. Hier ist nichts mehr. Da war ich schon überall. Hier schon. Ja. Ja. Warten wir da. Ja, ich könnte gerade zwei Jahre. Da bin ich. Okay. Hier. 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 Da ist gar nichts mehr. Hier unten ist noch irgendwas. Oder bin ich es noch nicht gewesen. Hier ist noch was. Da war ich auch schon mal gewesen. Da. Da muss ich noch mal machen. Weißen. Das heißt hier. Da. 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 mich aus dem hochland warum es da verstehe ich nicht ganz die unterführung auch wenn ich zeitweil schalter wird aber nicht schlimm das schaffen drache bei schwarze ritter magier umschützen weiter ja halt ja 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 Okay. Oh, alle kaputt. Ist aber ein. Oh, alle kaputt. Okay. Oh, kaputt. Das Netz dran. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Hey, look. Hmm. Hmm. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh, kaputt. Oh. Oh. Oh, der Zweck wird gewacht. Nein! Okay. Haben wir was gemacht, wenigstens. I didn't have comfort. Hm. 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 Zwei verloren. 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 Was ist das für eine Brücke? Ist das für eine Brücke nicht kaputt gewesen? Die Brücke. Äh? Ach so. Die. Hm. Zwei verloren. Zwei verloren. Mal schauen, mal schauen. Keiner doch da. Komme ich denn da hin oder komme ich denn da hin? Wolle ich eigentlich nicht. Wolle gerade auslaufen. Oder? Falsch. Ja. Richtig. Falsch. Falsch. Das ist noch eine Kiste. Weiter. Weiter. Mädchen unterbremst. Äh... Das ist eine Kiste. Die Straße ist blockiert. Wir müssen das, wer ist responsible für das. Du hast das gesehen? Das ist Selinda. Rana? On the... Oh, I've been... Is my... Oh. Oh, das ist... 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 Entschuldigung! Entschuldigung! I'm so- I have ur- My name- Hmm. So that I upon- That's what I mean! But where's our pay? It's in your pockets. I'm telling you. Where else would it be? Even the Ruin Witch is on our side. Oh, mercy! How merciful I'm feeling after you return my mirror! But of course I- That's what I mean! I know- I know- That's what I mean! Eh? What has become of my beautiful son- Of course- That's what I mean! It's very tough- It's- Of course- That's what I mean! It's very tough- It's in Jermaine's pockets. I'm telling you. Where else would it be? Heh heh. Who do you think? Jermaine or Treasurer's? Are Wuss Jermaine? Are you kidding? Did you see the way Remi and Batista look like you're dead? Oh, I don't think so. I'm not sure. I'm not sure. I'm so happy if I was here. But- Oh, mercy, Lady Belinda! We'll see how merciful I'm feeling after you return my mirror! But I swear! I know exactly how these poor guards feel. They've been cheated. And I support them completely. Yesterday I loaned Erasmus my Griffin mirror, thinking it would be back in my hands today. Now look where my trust has got me. Oh, mercy, Lady Belinda! We'll see how merciful I'm feeling after you return my mirror! But I swear, it's at the treasury! Then go for it! I bought you some guards for an escort. The guards are useless to work without their pay. Okay, let's go here. Vielleicht hat er ja auch was vernünftiges hier für mich. Zum Beispiel so ein Buch, wo ich mit mehr Dings habe. Da brauchst ich gar nicht mehr Sachen verkaufen. Ich bin jetzt bei meiner Führung. Oh, bin ich da glatt. Kann ich das auch nicht verkaufen, ne? Okay. So. Okay. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Okay, so. 150 noch ein bisschen und ich hätte drachen also ich habe 5700 ok dann ein bisschen mehr aber ist nicht wirklich viel mehr 150 und er hat hier 300 nicht wenn er sie Ich muss noch mal proben. Wie hier? Dunkle Geister. war nur stufe eins nach die angriff an 13 19 gar nichts was das ja 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 Weil dunkler Dings da ist, das ist ja gar nix, das ist ja nice to have, aber wegen tun wir nix. Ich muss ihm sprechen. Oh nein, es kommt! Es kommt! Wer ist denn jetzt? Es sieht aus, dass es dich sein wird. Be brave, Donno. Keine Ahnung. Beide. Abonnieren. Entschuldigung! hallo ich bin ganz kurz mal draußen gewesen heute viel zu spät dran richtig echte stresse gehabt mir geht's gut dann geht soweit auf die auch ich auch mit schlupfen habe ich aber es geht mir ist kalt aber sonst geht's nur ich habe spieler angefangen heute hast du groß verpasst also ich habe heute spiel angefangen habe ich auch nicht so gut gegen habe ich mich hingelegt da habe ich erst um 20 habe ich erst habe ich erst um 20 uhr 30 angefangen zu streamen also ich bin erst seit zweieinhalb stunden erst dran das nicht so fast keine sorge ja und an sich durch nasen noch aber sonst geht es mir eigentlich okay es ist nicht so tragisch es ist nur nervig halte ich will so kann ich das nicht anklicken ja das kann ich anklicken das kann ich anklicken das nicht ich schreibe dir alles mal nach her oder morgen auf discord zu erklären ja ist alles gut muss euch da hoch und die durch warum ist hier gesperrt ich habe ich schon gehört das ist kein neuer text aber fragt mich warum ich nicht durchkomme ich komme nicht mehr durch da habe ich eingesperrt hier der doofe also ich denke mir ist da mal gucken wird zugewissend ob die schiers gehen hier ich bin und 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 Ok, Chias müssten gehen. Ok, ich schau grad, was aus wird. Chias müssten gehen, eigentlich. Wird angezeigt, auf jeden Fall. Schöne Nachrichten vorgeben, in nur Abo-Modus, Motion zu einstellen, da kann ich es nicht machen, weil ich es nicht in meinen eigenen Dings machen kann. Verstanden. Kann ich nicht, leider kann ich mir keine eigenen Emotes reinmachen, naja, das kann ich nicht machen. Aber Chias müssten eigentlich funktionieren, ne. Ich weiß nicht, ob die angezeigt werden. Also, was Bild angezeigt werden, weiß ich nicht. So. Ich mag Fluster viel besser als Marcella. Da hinten muss ich hin. Wo ich aber nicht, weil die mich nicht rauslassen. Hm. Was mache ich denn da? Da ist auch, ich komme ja gar nicht weg, ne. Raus. Aber hier drin kann ich nichts machen, das wäre aber blöd. Vielleicht. Hm. Mal gucken, was kann ich denn jetzt hier, kann ich hier reingehen, aber vielleicht kann ich kann nichts machen, ja. Wenn die hier nix machen, lalalalalala. Jopu, jopu, jopu. ich bin von Hier, hier in Flozcken, wie soll ich das machen. recht mit krummern dem oberhaupt der händler lohnung 1500 plus 6 nichts hier machen ja kaufen würde ich ja gerne mal was ja jetzt zurück ja 1800 1800 1.600 den kann ich auch nicht das glaube ich habt 300 das sind 700 das war hier aus 800 2300 4000 5000 den kann ich verkaufen 4000 7000 8000 1000 also geld habe ich genug ich habe keine geldprobleme auf jeden fall 15.000 erhält erhält 16 mehr gold durch den verkauf von gegenstimmen aber 15.000 bringt mir das ding 15.000 20.000 ist es heftig was ja so ist 150 mein was ich anhabe ist aber weit weit mehr höher ich glaube ich habe 400 was ich anhabe ich bin unten oder hier unten also nichts erklären kann 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 sich zeigen 44 5780 ich könnte das ist mein dings 5780 habe ich gerade ich will gucken hier aber es nicht ja weniger ich will drachen haben dafür muss ich sieben tausend haben ich bin nicht durch ne ich bin nicht hier irgendwie das vereinflusst du ne wenn ich wüsste was ich nicht wüsste hier kann ich gar nichts machen ich kann nicht mit denen reden und zwar und sonst und erzählen wir das gleiche hier nicht rein hier ist auch nix da ist nix ich ruhig nicht rein da ist auch nix ist nix da komme ich auch nicht rein da auch nicht hier kann ich auch nix machen da kann ich nix machen ich brauche nix machen ich brauche nix hm ne herstelle ich weiter warum weiß ich aber nicht wie soll ich das denn machen hinter schlagen weiß ich gerade lag den aufstand floster nieder wie soll ich das machen ich habe so das gefühl dass die händler der hilde von flosten mit dem kult der entracht mit einer decke steckt sich die örtlichen wachen die wachen und tätig machen ok da waren wir die wachen und tätig aber ich weiß nicht wie wir machen sind da hier da sind die wachen örtliche wachen ich weiß nicht ich kann nix machen hier Keiner mit dem ich sprechen kann, wenn der den Aufstand niederschlägt oder so. Keine Ahnung. Da kann ich auch nichts machen. Wie finde ich denn das hier, dass ich da an die Wachen vorbeikomme? Was ist da? Hm. Der Aufwand kann ich nicht erfüllen so richtig. Warte, guck, guck. Da kann ich nicht hin, ich kann mit dem nur reden, aber auch nichts von. Einen Schatzmeister suchen, okay. Ähm. Das Meister, okay, gehen wir zum Schatzmeister. Ich kann dir was machen, der Schatzmeister, ey. Hast du die nicht schon vorher entdeckt? Eigentlich ja, oder? Hm. Und gleich will ich dann noch Tunix spielen etwas. Weil ich jetzt so drei, vier Stunden voll habe, weil ich spiele jetzt hier. Und ich hatte schon nichts zu spielen. Aber wenigstens so einen Plan. Hm. Mal schauen. Das ist der Schatzmeister. Ich habe auch schon über den gesprochen, oder? Gehen wir mal zu denen. Sechsten hier. Und hier, ähm, müssen wir auch neu vorgeschützten. 50. Hier ist das ganze Gold. Die Suche halten. Hä? Irgendwas war nach Jahren. 43, 32. Oder hier noch irgendwie. Okay, ich verfolge jetzt die Fußabdrücke. Ist das richtig? Ich habe schon eine Fußabdrücke. Oh, das ist cool. Oh, wie süß. Ja, Tunic mache ich gleich. Ich mache nur dreieinhalb Stunden hier diesen noch und dann nochmal ein bisschen Tunic spielen. Drei Stunden, zweieinhalb Stunden mal gucken. Das sieht nicht gesund aus. Das war ein Sadderskinder-Typ. Aus dem Augenarzt auch mal, wäre auch nicht schlecht. In other words, you and Baptiste are responsible for looting Flosters Treasury. Ja, der Orthopädie müsste auch mal sein. Das klingt richtig. Stimmt. Sie wird komisch aus dem Kiefer, wie es weit runter, ne? Nein, mal gucken. Erzählt ja viel dafür, dass er rot ist eigentlich. Erzählt ja sehr viel. Süppchen. Soll ich jetzt zurücklaufen? Oh, was ey. 159 Meter. Natürlich. In-Hotel-Lauferei. Ich mag sowas. Naja. Muss ich wieder kämpfen gleich. Oh. Okay. Mal gucken, wie kommt es diesmal mit. Mal speichern mal. So. Die muss da ja durch, ne? Hm, aber sieht ziemlich einfach aus. Ja, okay. Das ist ein bisschen komisch. Toll. Räubling. Drei Stück. Die einzige Stärke ist hier. Der muss zuerst weg und die Blumen schützen müssen. So. Der und der werden es zuerst weg. Die Trolls und die Blumen schützen. Die Trolls sind da. Die Blumen schützen da. Hast doch. Du kommst mal nach da. Dann kommst du. Da. Da. Das kann bleiben, glaube ich. Alle kommen zuerst natürlich. Klar. Ah. Dann machen wir weiter. Jetzt mal. Oh. Ein bisschen. Dann machen wir mal hier etwas. Reinhold. Der könnte mal da machen. Eingefroren. Nice, Mann. So. Ich habe noch Magie ein bisschen weg. Das war den. Den. Oder den. Oder überhaupt bei irgendjemandem. So. Ich habe noch Magie ein bisschen weg. 2. Ah. Ich habe gleich wieder versucht. Da habe ich in der Zeit versuch'n sollen. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Der ist dran. Ah. Ihr seid dran. Das sieht ja gut aus. Dann ist er schon weg. Hat er fünf Stück verloren. Echt jetzt. Das hier machen wir mal bei den Bogenschützen hin. dort hinten ihr stück dort und dann schütze ich mal diese hier auch alle tot hey cool einwurf alt ein abhinegar zwei bluten auch zerstört die schützt ein bisschen wieder einer weniger aber damals noch die bogen schützen das ist diese gewesen ist so einfach also ist jetzt es ist einfach er müsste mal gucken dass ich den etwas verteidige ich weiß dann nicht wie vielleicht die wache der wieder ein verloren die waren sie auf den abgesehen da aber ich kann hier reparieren also heilend kisten kisten sie ist das richtig ganz wie kisten kisten 90 meter schwarz hier hat es gebrannt hier ist noch ein schatz versteckt das ist auch sehr schön also nicht wundern bisschen geld also ich kriege einiges mittlerweile immer mehr geld zusammen weiß nicht für mich ausgeben muss weil ich nicht so oft reparieren muss letzte zeit deswegen habe ich so viel geld nicht wundern über das geld bei 2000 das letzte kaum reparieren außer heilen bisschen aber ich muss keinen neuen dritten bauen weil die also so stark sind dass ich meist zu besiegen sind hier war ich doch schon mal 37 meter hey da muss halt oben sein nicht hier rüber 51 meter hinter dem werk muss das sein kein eingang da muss ich da hinten rumlaufen vielleicht geht das ja da sind wir im berg oder auf dem berg je nachdem ich wollte mich runter das ist aber doof 114 meter 114 meter hier sein wirst du denn noch dass das stellt ja okay 28 40 was hat er denn noch alte google 47 67 und todesritter da ist ein großer schatz kommt dahin oder ist er gerade aber ich bin ja ich habe was das schon meine schätze noch mehr auf der anderen Seite. Oh. Ey. Aber dem ist alle operationsspät. Ich kann auch Drachen kaufen schon, aber ich kann erst Drachen kaufen, wenn ich über 6.000, 7.000 Führungskraft habe. Dann kann ich Drachen kaufen, aber nur einen. Kalt. Jetzt sind wir getreten, wir sind kalt. Ja, das ist richtig. Aranox wollte sich die Kontrolle von der Graveyard für ihn selbst. Aber Rosaline, meine brave Rosaline, hat er versucht zu defyieren. Her spirit ist schattet in pieces. Aber es kann wieder sein. Dann die Death Knights werden zu ihrem Kreator, als auch jemand, die sie zurückgebracht hat. Wenn ich nur wusste, wo ich die Shards finden kann. Ist es vielleicht ein bisschen shortcut? Aranox desigert hat die Soulseal in unserer Graveyard. Hey. Ich hab's da was zu holen. Ich würde so gerne was stärkere Viecher finden. Oh. Ähm. Was haben wir denn hier? Riesen. Oh. Stopp. Ich hab noch nie gegen Riesen gekämpft. Ich weiß nicht wie stark die sind. Wie gut die sind. Ich hab noch nie gegen Riesen gekämpft. Deswegen. Wer soll eigentlich wie Goblins sein oder so eigentlich. Aber die wirklich sind ist eine andere Sache. Aber wenn die Riesen nicht die stärksten sind oder die greiflich stärksten sind. Was ist denn der Riese? Äh. 5? Das sind die Riesen, ne? Sind gar nicht so groß. Der ist die Wunderschne. Wo ist das? Ja, da ist die Wunderschne. Und da ist die Wunderschne. Das war's nicht. Ich verwende mich. Und da ist die Wunderschne. Und das war's. Oh ha, oh ha, oh ha. Oh ha, oh ha, oh ha. 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 Oh ha, oh ha.